Warte nicht auf mich, es wird wahrscheinlich ein bisschen später. Ja, aber bleib nicht zu lange, sonst verpasst du das Sandmännchen. Und den, der das Sandmännchen verpasst, den, pst, kommt es holen. Aber keine Sorge, ich bin spätestens um neun im Bett. Dieses Fest, diese Fete da, auf die du gehst, triffst du dich da wieder mit dieser hübschen Sabine? Ja, wir unternehmen jetzt schon seit fast einem Jahr eine ganze Menge zusammen. Siehst du genau darüber, was ihr da so alles nämlich unternehmt? Setz dich hin. Ja, wollte ich mal mit dir reden, mein Sohn. Habe ich dir eigentlich schon mal die Geschichte von den lieben Bienen erzählt? Nein. Bei den Bienen ist es nämlich so, wenn ein Bienenmann und eine Bienenfrau zusammenkommen, dann verstehst du, auf ganz bestimmte Art und Weise zusammenkommen. Ja, Papst. Was heißt Ja, Papst? Die beiden kommen sich also näher, immer näher, ganz konkret, verstehst du? Was ich damit sagen will, die kleinen Babys, die bringt der Storch. Ach, das freut mich, Herr Papst. Das muss ich sofort Sabine erzählen. Die ist nämlich schon sechs Monate schwanger und gibt mir die Schuld. exploding. Wodsch, wir haben dichotartier decisend. Na, das ist Nummer. Ja. dein.